So meine lieben Freunde, ich hoffe es geht euch gut. Neues Video hier mal wieder. Ja, sorry, ich konnte heute weder auf meinem Zweitkanal den Talk mit André hochladen noch irgendwas machen, weil ich habe mein Handy dummerweise zurückgesetzt und es versucht sich immer noch aus dem Backup wieder zu installieren. Deswegen, vielleicht habt ihr heute auch mal kein Dö-Dö-Dö-Intro gehört, ganz ungewöhnlich, aber es ist nicht so schlimm. Wir haben trotzdem einige Hertha-Themen zu besprechen. Ich wollte ja eigentlich zwei Videos heute machen. Nämlich zum einen zu den beiden Testspielen, die Hertha gestern absolviert hat. Einmal, ja, der deutliche Sieg und zum Zweiten das Spiel, der eigentliche Härtetest, die Generalprobe vor Bochum. Ja, knapp neun Tage, zehn Tage vor dem Bundesliga-Start für uns in die restlichen Hinrunden und die Rückrundenspiele dann gegen Melio Narios, das Unentschieden. Zum Weiteren geht es auch noch um Mittelstädt, da gibt es eventuell eine Kehrtwende. Es geht um Aissa Laidouni, über den hatte ich ja schon mal berichtet vor einem knappen Monat. Jetzt erwähnt ihn sogar der Kicker als möglichen Neuzugang und dann dürfte das schon etwas heißer sein. Es geht nochmal um Niederlechner. Kommt er vielleicht doch schon im Winter? Vielleicht auch mit den Erkenntnissen, die wir im Trainingslager gewonnen haben. Und gerade ganz frisch rein von Sky, Fredi Bobic geht nicht zum DFB. Also alle meine Fake-News und Spekulationen, die ich so reingebracht habe, waren völlig umsonst. Aber es hat Spaß gemacht, darüber zu spekulieren. Darüber sprechen wir auch. Ansonsten sind wir um 19 Uhr am Mittwoch, nee, was haben wir heute? Donnerstag, sorry. Ich schlafe zu wenig. Donnerstag live um 19 Uhr bei Flo von der Strickloge. Und danach sind wir bei mir auch noch im Stream und gönnen uns die neuen Hertha-Videos und so weiter und so fort. Lasst uns doch mal anfangen mit den Testspielen. Das erste Testspiel haben wir ganz souverän gegen die Nachwuchsmannschaft gewonnen. Wobei man auch sagen muss, das ist tatsächlich kein Gradmesser gewesen gegen Sima. Startaufstellung war im Tor unser Nachwuchskieper Tiag Ernst. Verteidigung wurde gebildet durch Pekarik, Marton, Dardai, Clemens und Eitschberger. Auf der Doppel-Sechs- bzw. im zentralen Mittelbild fällt dann Schunjic und Serdar. Vorne drin Jovetic, Maolida und Luke Bakio. Maolida hat auch gleich unten Gangkampf, nicht zu vergessen. Maolida hat auch gleich das erste Tor erzielt, 17. Minute. Dann folgte durch Suat Serdar das 2-0 und das 3-0 durch Jovetic. Nganka machte das vierte. 5-0 und 6-0 wieder von Jovetic und 7-0 der Schlusspunkt. Luke Bakio, wie gesagt, das Spiel konnte man nicht live sehen. Da kann man sich die Highlights auf YouTube reinziehen. Auf Hertha-TV könnt ihr gerne machen. Aber da kannst du jetzt nicht viel von ableiten. Viel interessanter war ja dann das eigentlich einzige Spiel, wo man sagen könnte, das ist wirklich vielleicht auch ein Gradmesser. Ja, es ist nur die kolumbianische Liga, aber da eben gegen einen Topklub, auch wenn Jovetic sich da ein bisschen verplappert hat und meinte, ja, wir sind ein guter Zweitligist, haben wir da gegen Millionarios gespielt, die ja einige Fans mitgebracht haben ins Trainingslager gestern, falls ihr das Spiel gesehen habt. Und von der Aufstellung her könnte man schon denken, weil man ja weiß, Ejuke fehlt gegen Bochum, Luke Bakio wird gesperrt sein. Das sieht schon sehr nach Startelf gegen Bochum aus, kann man ganz ehrlich sagen. Natürlich könnte es sein, dass Plattenhard wieder reinrückt und natürlich könnte es auch sein, dass ein Boateng, ein Prinz, vielleicht dann doch nicht von Anfang an spielt in Bochum. Aber die Aufstellung war schon so generalprobenmäßig, kann man ganz ehrlich sagen. Gespielt haben im Tor unsere Nummer 1. Christensen, rechter Verteidiger Kenny, Innenverteidigung gebildet durch Rochel und Kempf, der gestern ganz nett mit Kempf ausgezeichnet wurde bei der Übertragung, war ganz lustig. Mittelstädt auf der Linksverteidigerposition. Tussar, Boateng und Boetius im Mittelfeld. Richter, rechter Flügelersatz quasi, dann eben für Luke Bakio, der gesperrt ist. Scherhand auf der linken Seite und Konga im Sturm. Wenn man jetzt davon ausgeht, wovon ich einfach mal ausgehen würde, dass das so in Richtung Startelf geht. Ulrich konnte leider bei keinem der Testspiele beiwohnen, weiterhin eben mit der Handverletzung. Also ich glaube, es ist ja noch ein bisschen Zeit bis zum ersten Spiel, aber da sehe ich relativ wenig Chancen darauf, dass er im ersten Spiel von Anfang an spielt. Ich denke, es wird sich dann zwischen Mittelstädt, der eben die ganze Vorbereitung mitgemacht hat und wir kommen gleich noch dazu, vielleicht doch bei uns verlängert und unserem Kapitän Plattenhardt entscheiden. Das Spiel war wirklich die ersten 30 Minuten grottig. Dann gönnst du dir das erste Testspiel live von Hertha. Wie aussagekräftig ist ein Testspiel? Klar, muss man sich immer die Frage stellen, wie intensiv waren die Trainingseinheiten. Wir hatten mehrere Testspiele, wir hatten zwei Trainingseinheiten pro Tag, aber es war schon sehr, sehr statisch und vor allem war es auch uninspiriert nach vorne. Zu behäbig, Bälle in den Rücken gespielt, also die ersten 30 Minuten eigentlich zum Vergessen und wir lagen auch schon nach neun Minuten durch Silva. 1 zu 0 hinten, abgefälschter Freistoß, dann ein bisschen Pech da, zwei Spieler sich gegenseitig angeschossen quasi und dann kommt er da frei zum Schuss. Aber wir sind nicht so richtig zu Abschlüssen gekommen. Es gab ein paar Abschlüsse, die waren aber völlig ungefährlich von uns. Also eine gruselige erste Halbzeit, die dann in der zweiten Halbzeit von Anfang an besser aussah. Also wir hatten mehr Dynamik nach vorne, höheres Tempo, haben früher gepresst und so weiter, sah viel besser aus, haben dann aber an der 53. Minute 2 zu 0 kassiert. Da war man dann um, ja, wie spät hatten wir es dann? 2.10 Uhr schon ein bisschen angefressen, muss ich sagen. Auch wenn es nur ein Testspiel war, weil man einfach nicht viel gesehen hat. Kam dann aber drei Minuten später durch einen V-Elfmeter zurück. Da wurde Rochelle umgestoßen und Konga hat den eiskalt verwandelt, in die rechte Ecke Torwart verladen. Konga hat mir auch generell eigentlich gut gefallen. Er hat in der ersten Halbzeit halt gar keine Bälle bekommen, aber in der zweiten Halbzeit sich immer mehr fallen lassen, auch mal Bälle geholt, Bälle verteilt. Hatte auch noch einen schönen Abschluss, wo er vielleicht lieber mit rechts abschließen kann, nachdem er sich den Ball sehr, sehr schön vorgelegt hat und mitgenommen hat nach Pass von Prince, glaube ich. Das 2 zu 2, auch ein traumhaftes Tor dann. Also Prince, genau so einen Zehner bräuchten wir eigentlich, der halt noch fit ist und nicht in dem Fitnesszustand von einem Prince. Also den Ball, den er da aus dem Fußgelenk, aus dem Mittelfeld in die Spitze auf Toussaint spielt, besser geht es wirklich nicht. Traumhaft schöner Ball auf Toussaint, der dann verwandelt zum 2 zu 2. Dabei blieb es am Ende. Uli hatte am Ende noch eine gute Parade nach dem Freistoß, wo die Mauer ein bisschen komisch stand. Wir wurden dann immer besser. Ansonsten, ja, was willst du jetzt da in die Einzelanalyse gehen? Scherndt hat mich schon ziemlich enttäuscht, muss ich sagen. Also wenn er so spielen würde gegen Bochum, ich fordere ihn ja immer, dann ist er da uns auf jeden Fall nicht wirklich die Hilfe. Die Frage ist, ob Maulida dann eben besser wäre. Er hat sich irgendwie viel festgelaufen, Bälle sind versprungen und so weiter, da konnte er dem Spiel nicht so seinem Stempel aufdrücken. Boetius hat mir auch leider überhaupt nicht gefallen. Auch wieder genau das, was mich in der Hinrunde schon gestört hat, auch wenn ich glaube, dass er noch eine bessere Rückrunde spielen kann. Viel zu lässe Fairhaltung. Zweimal versucht, Bälle durchzulassen, die direkt beim Gegner gelandet sind. Andauernd Bälle in gegnerischem Fuß gespielt oder an Seiten aus. Toussaint hat mir kämpferisch gut gefallen, hat ja auch ein Tor gemacht. Boateng bis auf diese Vorlagen halt nicht so wirklich gut. Konga ist mir eigentlich ganz positiv aufgefallen. Ich habe weiterhin die Hoffnung, dass er in der Rückrunde, ich habe ja gestern gesagt, ich predikte, der macht in der Rückrunde seine 10 Buden und ich hoffe und traue ihm das weiterhin zu. Ansonsten, ja, was willst du groß sagen? Wir haben uns nicht mit Ruhm bekleckert, zweite Halbzeit war besser, aber was sagen Testspiele schon aus? Wir haben vor anderthalb Jahren 4 zu 3 gegen Liverpool gewonnen und dachten, jetzt geht die Reise richtig nach vorne los und am Ende wissen wir ja, wie die Saison gelaufen ist. Also die letzten Testspiele, die letzte Generalprobe, hoffen wir einfach drauf, dass das nicht das ist oder gewesen ist, was wir dann gegen Bochum im wichtigen 6-Punkte-Spiel sehen werden. Bei Mittelstadt ist es jetzt so, da hieß es ja, waren wohl etliche Klubs an ihm dran, ob jetzt aus Belgien der RSC Anderlecht, VfB Stuttgart, Werder Bremen, Wolfsburg, man wollte ihn wohl nicht verlängern. Jetzt ist ja da wohl eine Wende passiert, Plattnaht wird nicht verlängert und unser Ziel ist, mit Ulrich und Mittelstadt zu verlängern und die Möglichkeit besteht, laut verschiedenen Medienberichten auch weiterhin Mittelstadt bei uns halten zu können, über den Sommer hinaus, was ich ja weiterhin begrüßen würde. Da wird sogar davon berichtet, dass es noch vor dem Rückrundenstart fix gemacht werden könnte. Also es wäre dann spätestens nächste Woche, würden wir dann über eine Verlängerung erfahren. Würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. Schauen wir mal, wie sich das dann da weiterentwickelt. Ja, ansonsten ist nochmal über Niederlechner gesprochen worden. Niederlechner, ich sehe es ja weiterhin so, ich würde keinen neuen Stürmer für die Rückrunde verpflichten. Ich weiß, es ist risikoreich. Wir hatten ja gestern mit André auch drüber gesprochen, dass Einbobitsch wahrscheinlich nicht sich die Schuld zuschreiben lassen will, dass unter den ganzen Risikofaktoren wie in Gangkamm und Jovetic, die viel verletzt sind und bei einem Konger, der ja bisher in der Bundesliga nun wirklich noch nicht als das fungiert hat, was wir vorne brauchen, dass man sich da nicht noch verstärkt hat. Deswegen wird weiterhin darüber spekuliert, dass man Niederlechner schon im Winter holen könnte. Das hängt ja unter anderem davon ab, ob Augsburg einen Ersatz findet. Den haben sie vielleicht gefunden mit einem Belgio, den sie verpflichten wollen für den Sturm, an dem übrigens Hertha vor zwei Jahren mal interessiert war. Da war er noch 18, jetzt ist er mittlerweile 20. Sollte der kommen, ich glaube, dann wäre der Weg auch frei für Niederlechner, dass er zu uns kommt. Er hatte sich jetzt gestern im Testspiel verletzt. Ich habe noch nicht gesehen, was dabei rausgekommen ist. Wenn es natürlich eine längerwierende Verletzung ist, dann wird man sich hüten, da mit ihm den Vertrag vorher schon abzuschließen und noch mal Ablöse zu zahlen, wenn er eben eh im Sommer ablösefrei kommt. Aber das steht wohl weiterhin im Raum. Niederlechner könnte noch im Winter kommen. Schauen wir mal, was sich da die nächsten Tage und Wochen ergibt. Und es gibt noch ein Gerücht, für mich ja die Position, die wir am ehesten mal nachbessern sollten, und zwar das zentrale Mittelfeld, um eben auch Druck auf Serdar und Boetius zu machen. Serdar, wie gesagt, nicht im Spiel gegen Millionarios dabei, sondern bei dem Spiel gegen die jüngere Mannschaft. Vielleicht sitzt er nur auf der Bank. Auf jeden Fall brauchen, meiner Meinung nach, unsere zentralen Mittelfeldspieler mal ein bisschen Druck von einem Konkurrenten, der sie vielleicht wieder zu Höchstleistungen anstacheln kann. Und da ist die Rede von Aissa Laidoni, der spielt derzeit bei Ferenc Varos. Ferenc Varos spricht man das so aus? Ich hoffe ja. In Ungarn, bei Budapest, also schon so dem Top-Klub dort, ist natürlich ein anderes Liga-Niveau. Ich hatte ja schon mal überhin berichtet, er ist 26 Jahre jung, zentraler Mittelfeldspieler, kann ZDM 10er, 8er spielen, 1,83 groß, 4 Millionen Marktwert, hat noch Vertrag bis 2023, also wäre im Sommer ablösefrei. Aber Ferenc Varos hat noch eine vereinsseitige Verlängerungsoption um ein Jahr, sodass man vielleicht davon ausgehen kann, dass der noch bis 2024 Vertrag hat. An dem ist Hertha wohl dran. Er hat für Ferenc Varos in 102 Pflichtspielen 9 Tore und 16 Vorlagen erzielt, ist auch tunesischer Nationalspieler, hat da auch bei der WM in der Gruppenphase agiert, war in allen drei Spielen zum Einsatz gekommen und hat für Tunesien insgesamt 28 Spiele absolviert und ein Tor erzielt. Ja, ich weiß nicht, ob er in der Bundesliga jetzt uns da wirklich im zentralen Mittelfeld aufs nächste Level heben könnte, aber ich würde, wie gesagt, am ehesten im zentralen Mittelfeld ein Achter, ein Zehner, so eine Verpflichtung würde ich begrüßen. Die Statistiken sagen jetzt nicht gerade das aus, dass er der Mega-Vorlagengeber ist, aber immerhin 16 in 102 Spielen, wenn man das mit Cerda in der Bundesliga vergleicht, hat er da zumindest mal deutlich mehr. Schauen wir mal, was da passiert. Geld wächst ja bei uns auch nicht auf Bäumen, also jetzt einfach mal so vier Millionen für einen hinzublättern, wo man nicht weiß, ob er in der Bundesliga funktioniert. werden wir sehen, was sich da die nächsten Tage ergibt. Und dann die Breaking News des heutigen Tages. Gestern wurde ja schon Rudi Völler ins Spiel gebracht als Nachfolger von Bierhoff. Man hatte so überlegt, vielleicht wird das jetzt hier so ein bisschen gemacht, um ein bisschen Druck auszuüben, auch auf Bobic. Bobic war wohl laut Sky auch weiterhin einer der Wunschkandidaten als Nachfolger von Bierhoff, aber das Gesamtpaket soll zu teuer sein. Nicht nur das üppige Gehalt, wo er eben, ich weiß nicht, ob er immer noch der bestbezahlte Manager ist, aber einer der bestbezahlten Manager der Bundesliga, als auch eine Ablöse, die wohl relativ hoch ausgefallen wäre bei Hertha, weil er ja noch mindestens bis 2024 Vertrag hat bei uns und laut verschiedenen Medienberichten ist da sogar eine Option, um zwei Jahre Verlängerung gibt. Das war denen dann zu teuer im Gesamtpaket, dem DFB. Also wir können uns Bobic leisten, der DFB allerdings nicht. Ja, und da ist jetzt Top-Kandidat Rudi Völler, also brauchen wir uns auch keine Gedanken machen, was passiert, wenn Bobic jetzt wirklich geht, kommt dann der und der oder erklären wir es intern, er wird laut Sky, laut den jüngsten Berichten wohl bei uns bleiben und ich wäre jetzt nicht in Tränen ausgebrochen, wenn er gegangen wäre, vor allem nicht, wenn wir eine Ablöse bekommen hätten und sein Gehalt einsparen hätten können, aber unter der derzeitigen Situation weiterhin Abstiegskampf, Riesenumbruch, auch wenn er jetzt im Winter den sehr forciert hat und vorangetrieben hat, sodass ja viele Kaderbewegungen schon feststehen, fände ich das doch sehr, sehr ungünstig, wenn er jetzt im Winter gegangen wäre. Wenn das Thema vielleicht im Sommer nochmal aufkommen sollte, vielleicht macht es ja auch ein Völler nur vorübergehend oder so beim DFB, wenn es denn dann so kommen sollte und er dann nochmal im Gespräch ist, ist es ja auch nochmal was anderes, wenn du vielleicht das bis Mai klärst und dann in die neue Saison mit einem neuen Manager gehen kannst, der vielleicht schon im Laufe der Rückrunde irgendwie eingearbeitet wird, dann ist es ja nochmal was völlig anderes, als das jetzt mitten im Winter horuckmäßig zu machen. Dennoch glaube ich, wenn man jetzt auch den Sky-Berichten Glauben schenken möchte, wird da schon was dran gewesen sein und die werden sich auch mit ihm beschäftigt haben und Bobic wird es auch nicht verneint haben, dort hinzugehen, aber wahrscheinlich auch nur unter gewissen finanziellen Rahmenbedingungen und wenn die eben nicht gegeben sind und sie auch die Ablöse nicht zahlen wollen, tun sie es bestimmt, der DFB, dann bleibt er eben bei uns. Andersrum ist das natürlich auch kein Mega-Bekenntnis für uns, muss man sagen, wobei ich ihm das auch nicht jetzt negativ auslegen will, weil wenn du so ein Angebot vom DFB kriegst, wir haben ja gesehen, wie lange Bierhoff da war, ist das vielleicht auch ein Angebot, das du einmal im Leben kriegst, gerade mit Hinblick auf die EM 2024. Von daher braucht man das jetzt vielleicht auch nicht zu sehr da kritisieren. Ich glaube, es ist für uns schon das Bessere, wenn er zumindest mal bis Sommer noch bleibt und vielleicht, wer weiß, gibt es eine kurzzeitige Lösung und im Sommer geht er dann dahin, werden wir alles sehen. Aber auch dann wäre, also wenn es jetzt wirklich ums Geld geht, dem DFB, auch dann würde er eine Ablöse fällig, auch dann will er ja ein gewisses Gehalt. Also ich denke mal, wenn der DFB sich jetzt jemanden holt, dann sollte das auch eine langfristige Lösung sein. Es sind ja auch nur noch anderthalb Jahre bis zur EM. Dadurch, dass die WM jetzt im Winter war, ist ja da auch nicht mehr so viel Zeit, um da eben nach der Bierhoff-Ära was zu ändern. Ob Völler jetzt einer wäre, ist nochmal ein ganz anderes Thema, der für mich den DFB wieder auf neue Spuren bringen würde. Steht für mich auf dem anderen Blatt, weiß ich jetzt nicht so richtig. Kann ich vielleicht aber auch nicht gut genug einschätzen in so einer Funktionärposition, die er dann bekleiden würde. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ich habe es heute versucht, sehr, sehr kurz zu halten. Das sind die neuesten Nachrichten des Tages. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns ja später sowieso auf Twitch und ich wünsche euch morgen einen zauberhaften Start ins Wochenende. Macht's gut und hao he.